Eine bärenstarke Überraschung – Plüschtierliebe mit Schnuller und Windel Die alten Kisten vom Dachboden bereiten Adrians Freundin eine kuschelig verschmuste Freude. Zugleich taucht Caroline voller Vertrauen in ihren Little Space ein und beginnt mit den Stofftieren zu spielen. Laut ihres Caregivers darf dieses jedoch nicht ohne Bärchenwindel und den unverzichtbaren Schnuller geschehen. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage edition-aurum.de